Effigos 3D Anatomie ist eine Erweiterung für die Lernplattform AMBOSS, die interaktive Modelle und redaktionell aufbereitete Ansichten und Exkurse bereitstellt. Mehr als 100 verschiedene Themen, eingebettet in die jeweiligen AMBOSS-Kapitel, sorgen für einen schnellen Zugang zur Anatomie des Menschen. Alle 3D-Inhalte lassen sich frei bewegen. Die Sichtbarkeit jeder einzelnen Struktur kann individuell angepasst werden, um eigene Ansichten zu erstellen. Live-Beschriftungen, Substrukturen und beliebige Schnitte durch das Modell erleichtern die Orientierung und fördern das Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Herzstück der Anwendung ist die integrierte Mediathek. Egal ob vertonte Exkurs, Herzlich Willkommen zur Kurzfassung des Lernmoduls Anatomie des Kniegelenks, oder didaktisch aufbereitete Ansicht. Hier finden Studierende die perfekte Lernunterstützung zu jeder Zeit und an jedem Ort. Höchste Qualität und Genauigkeit sind dafür Voraussetzung. Unsere langjährige Erfahrung in der Modellierung anatomischer Strukturen und deren Präsentation in einer eigenen Software machen die Effigos 3D-Inhalte so einzigartig. Falls Sie bereits eine Amboss Campus Lizenz nutzen, ist die Freischaltung der 3D-Anatomie schnell und unkompliziert. Alle dafür notwendigen Schritte übernehmen wir. Den Dozenten der Medizinischen Fakultät stellen wir zudem kostenfrei eine für Lehrkräfte optimierte Version der Software zur Verfügung. Damit lassen sich eigene Inhalte gestalten, die über das Angebot der Amboss Plattform hinausgehen und dennoch die gleiche Modellqualität und Bildsprache nutzen. Wir sind uns sicher, dass gerade die 3D-Anatomie die Ausbildung an ihrer Fakultät nachhaltig bereichern wird.